Heute starten wir in eine neue kurze Serie zum Thema Gott anbeten. Wir schauen an, was ist lebendige Anbetung, so wie wir es auch in der Bibel lesen können. Diese kurze Serie entfasst drei Sündungen, aber nicht nur das, sondern auch eine Worship Night, einen Lobpreisabend. Dazu möchte ich euch auch jetzt schon ganz herzlich einladen. Der findet am nächsten Freitagabend am halb acht hier drin statt. Einfach eine Stunde, eineinhalb Stunden werden wir einfach Lieder singen. Gott einfach anbeten. Einfach Gott anbeten. Und jetzt denkst du, was eineinhalb Stunden? Die Zeit verflügt schnell. Wir hatten im Januar eine Worship Night und die ist wirklich einfach ganz toll gewesen, wo heute viele Menschen auch noch sagen, hey, die hat mich, das hat etwas gemacht mit mir. Wir singen miteinander, das ist, wir können als Abendmahl miteinander feiern. Man kann für sich beten lassen. Also eine ganz herzliche Einladung zu dieser Worship Night am nächsten Freitag. Heute geht es um das Thema, was ist eigentlich anbeten? Das ist eine wichtige Frage, weil es gibt so ganz unterschiedliche Überzeugungen und Vorstellungen von dem, was anbeten eigentlich genau ist. Für die einen, wenn die Worte anbeten hören, sagen sie, ah, das ist doch die Zeit im Gottesdienst, wo man Lieder singen, die so schön ist. Manchmal ist es ein bisschen zu kurz, aber schön. Und für die anderen, die verbinden mit anbeten, die Zeit vom Gottesdienst verbinden, wo sie sagen, ja, das ist halt die Zeit, wo ich absitze, bis die Predigt dann kommt. Gibt es vielleicht, ja. Für die anderen sagen, ja, anbeten ist immer das, wenn Lieder gesungen werden. Vielleicht ist das deine Überzeugung, und dann muss ich eine kleine Klammerbemerkung machen. Wenn anbeten nur Lieder singen werden, dann hat dann alle Unmusikalischen unter uns ein grosses Problem, weil die können Gott nicht anbeten. Oder? Genau. Oder für andere ist es einfach eine gewisse Art von Lieder, eine gewisse Haltung im Gebet. Und so verbinden wir alle verschiedene Sachen mit Anbetung. Grundsätzlich ist es ganz einfach. Anbetung ist deine und meine Bestimmung. Wir sind dazu bestimmt, dazu ausgesucht worden, zum anbeten. Und das ist eine biblische Wahrheit. Und spannend ist, das haben die Anthropologen später auch festgestellt, dass der Mensch einen inneren Drang zur Anbetung hat. Das heisst, wir sind so geschaffen worden, dass jeder Mensch, du und ich, immer eine Verbindung zu einem Gott zu suchen. Zu etwas, das man anbeten kann. Zu etwas, das man verehren kann. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen, in unsere Welt, dann gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Es gibt Leute, die den Fussballverein verehren. Oder gehen an jedem Match und reisen kilometerweise. Fliegen sogar an ein Match und so weiter, weil sie ihre Mannschaft anführen, aber letztlich auch verehren. Man kann eine Musikband verehren. Man kann Menschen verehren. Ob das ein Sänger ist, ob das ein Influencer ist. Im christlichen Sektor, liebe Freunde, passiert es auch, dass man Prediger verehren. Das sind Leute, die sagen, der muss unbedingt hören gehen oder im Internet bin ich auf das gestossen. Der muss hören, der sagt, der ist der. Dem seine Predigten musst du anhören, dem seine Bücher musst du lesen. Wir können auch so im christlichen Sektor Menschen verehren. Materialismus ist etwas, das man verehren kann. Das Klassische ist natürlich das Geld, unseren Besitz. Wie sie uns etwas geben, wo wir uns mit dem etwas leisten können, was uns irgendwie zufrieden stellt. Es ist ja noch spannend, was es mit uns macht. Wir können sogar uns selber verehren, unseren eigenen Körper zum Beispiel. Körperkult, Muckibude. Und schauen, dass da etwas am Laufen ist. Ganz genau. Aber schauen, das ist nicht die Art von Anbetung, wo wir, du und ich, dazu geschaffen worden sind. Wir sind nicht zu einer Anbetung berufen, die so beschränkt ist. Sondern wir sind dazu geschaffen worden, den lebendigen Gott anzubeten. Ihn anzubeten ist deine und meine Bestimmung. Im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, bringt es der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief in einem Satz. Wie folgt zum Ausdruck. Er sagt dort, es gibt nur einen Gott. Also es gibt nur einen Gott, der anbetet und verehrt werden soll. Nämlich der Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Von dem alles kommt. Und jetzt kommt es, für den wir geschaffen sind. Das ist das, was Paulus sagt. Wir sind geschaffen worden, um Gott anbeten. Das ist unsere Bestimmung. Es ist der lebendige Gott, der unser ganzes Vertrauen verdient. Und bei dieser Art von Anbetung steht Gott im Zentrum und nicht ein. Oft, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir ein klassisches Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, den Materialismus. Hey, ich tue dem Huldigen. Und wie mache ich das? Wie tue ich den Verteidigen, indem ich immer noch mehr arbeiten gehe, noch mehr verdienen will und so. Damit ich mir wieder etwas leisten kann. Das ist egoistische Anbetung. Aber diese Anbetung, die die Bibel meint, stehst du nicht du und nicht ich im Zentrum, sondern der lebendige Gott. Das ist unsere Bestimmung. Und obwohl das jetzt so einfach klingt, gibt es immer wieder die Frage, die viele Menschen haben, die vielen Menschen nicht klar ist. Ja, was ist denn die Anbetung? Wie sieht denn die Bestimmung genau aus? Und das war schon zu biblischen Zeiten so. Uns wird im Neuen Testament von einem Gespräch erzählt, das Jesus mit einer Frau hatte. Sie haben zusammen über Anbetung gesprochen. Der eigentliche Ursprung ist nicht Anbetung gewesen, sondern Jesus ist mit dieser Frau im Gespräch gewesen. Und im Gespräch hat Jesus den Finger auf wunde Punkte gelegt im Leben dieser Frau. Und das war ihr ein bisschen zu direkt. Und sie wollte ausweichen. Und das kennen wir alle in unserem Leben. Wenn ein wunden Punkt angesprochen wird, dann wollen wir ausweichen. Das Gespräch auf etwas anderes zu lenken. Und vielleicht ist es auch heute da, dass du Sachen gehörst in dieser Predigt, wo du am liebsten würdest sagen, ausweichen. Ausweichen. Kann ich nach Hause gehen? Vielleicht geht es auch so. Notausgänge sind beschildert übrigens. Genau. Aber Jesus spannend hat sich auf das eingelassen. Und die Frau hat einen solchen Ausweg gesucht und hat gesagt, Anbetung. Jesus hört uns über Anbetung reden. Weil das war ein Thema, das sie beschäftigt hat und ihr Volk. Sie war nämlich eine Samaritanerin. Die Samaritaner, das waren Juden, die sich mit nicht-judischen Völkern vermischt haben. Und sich verheiratet haben und Familie gegründet haben. Und bei den Juden war das unendurch. Und darum waren die so aufeinander erfindlich eingestellt. Aber ein Punkt hat eben den ganzen Krieg noch ein bisschen entfacht. Nämlich, was ist Anbetung und wie wird eigentlich echte Anbetung praktiziert? Und das ist so die Situation gewesen. Und darum hat die Frau Jesus auf das angesprochen. Ihr habt einen Zettel auf eurem Stuhl. Dort sind die wichtigsten Punkte der Predigt aufgeschrieben. Auch die wichtigsten Bibelfers. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann lasst uns einmal aufschlagen. Das Neue Testament im Johannes-Evangelium. Wenn du nicht weisst, wo ist das Johannes-Evangelium? Vorne in der Bibel hat es ein Inhaltsverzeichnis. Und nachher kannst du dort die Seitenanzahl lesen. Für viele ist das, ja, wieso sagst du das? Das kennen wir. Nein, das kennen eben nicht alle. Du kannst das Inhaltsverzeichnis aufschlagen. Johannes-Evangelium, Kapitel 4. Das ist die fette Zahl, Kapitel 4, Vers 20. Das ist die kleine. Dort heisst es folgendes. Das Gespräch, das die Frau mit Jesus hatte. Die Frau sagt zu Jesus folgendes. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Gemeint hat sie den Berg Garizim. Das war der Ort, wo sie als Samaritaner ein Tempel gebaut haben, dass sie Gott anbeten konnten. Und dann sagt sie weiter zu Jesus. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Also diese Frau, die hat Jesus gefragt, ja, was ist denn jetzt richtig? So wie wir es machen oder so wie es die Juden machen? Was ist anbetig? Die, die bei uns im Tempel passiert oder die, die bei euch im Tempel passiert? Und das war eine wichtige Frage. Und schau, wie gesagt, diese Frage hatte bei ihnen Streitpotenzial. Und diese Frage, was anbetig ist und wie anbetig auch praktiziert wird, hat auch in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder zu Konflikten geführt. Diese Frage, was anbetig ist, hat immer bis heute auch Streitpotenzial. Aber anhand von dem, was Jesus, der Frau, zur Antwort gegeben hat, wenn wir für uns persönlich und auch für uns als Kirche lernen, was anbetig ist. Jesus sagt dort im Vers 23 folgendes, ich lese euch das vor. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Also Jesus sagt hier mit einem Satz, echte Anbetung passiert im Geist und in der Wahrheit. So passiert echte Anbetung. Und was das jetzt bedeutet, das schauen wir uns jetzt an. Anhand von drei Gedanken, die bei euch auch im Zettel aufgeschrieben sind. Anbetung, die im Geist und in der Wahrheit passiert, ist der Schlüssel für wohre Anbetung. Das ist der Schlüssel für wohre Anbetung. Wer von euch hat einen Schlüsselbund mit dabei? Nehmt doch den mal kurz nach vorne. Alle, die einen Schlüsselbund dabei haben, für die heutigen Autos hat man nur noch ein Kästchen, ist gar kein Schlüssel mehr. Nehmt den Schlüsselbund mal nach vorne. Viele von uns haben so einen Schlüsselbund. Und an diesem Schlüsselbund haben wir ganz unterschiedliche Schlüssel. Der Autoschlüssel, ein kleines Klappmesser, könnte man fast sagen. Der Autoschlüssel, der Veloschlüssel, der Büroschlüssel, unseren Hausschlüssel, sogar noch einen anderen Schlüssel. Das ist zum Beispiel der Schlüssel vom Haus meiner Eltern zu Hause. Und jeder Schlüssel von dem ist ja genau für etwas gemacht, oder? Also mit dem Autoschlüssel, nur mit dem kann ich das Auto aufmachen. Und mit dem Veloschlüssel kann ich nicht Haustüren öffnen. Das ist doch logisch, ist ja klar. Aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht so logisch. Mir ist nämlich mal etwas passiert. So im Halbdunkeln habe ich versucht, mit dem Veloschlüssel eine Türe aufzumachen. Und ich habe einfach bei ihnen gemerkt, das tut irgendwie nicht. Und einfach gestossen. Oh, da kennst du das. Ja, da geht schon. Und reingedruckten und gemerkt, jetzt kann ich ein Dreiein. Und dann habe ich ein Dreiein, zack, abgebrochen. Das ist passiert. Aber nicht irgendwie am Nachmittag, um zwei, wo man am Schlüsselservice anrufen kann, sondern irgendwie am Abend, in der Nacht halber. Genau, ich habe mit einem Schlüssel, der nicht für die Türen gedacht war, habe ich brachial die Türen öffnen. Und das ist für mich zum Bild geworden im Zusammenhang mit Anbettung. Passiert es nicht oft, dass wir bestimmte Schlüssel in unserem Kopf haben und sagen, nur so passiert Anbettung. Wir haben ganz unterschiedliche Schlüssel. Ein Schlüssel ist zum Beispiel ein bestimmtes Lied. Wenn man da ein Lied singt, dann kriege ich einen Wipe. Und dann passiert Anbettung. Oder ein bestimmter Musikstil. Wenn der Musikstil ist, klassisch, modern, Hillsong und so weiter, dann passiert Anbettung. Oder eine gewisse Anzahl von Wiederholungen. Dann kann man sich so in Rage singen und dann passiert Anbettung. Der Schlüssel. Oder vielleicht ist ein Schlüssel, Anbettung kannst du nur zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Ort, mit einem ganz bestimmten Gebet. Oder Anbettung kannst du noch dann haben, wenn du irgendwelche Symbole, eine Ikone, irgendetwas, irgendetwas hast, ein Bild oder was auch immer. Oder Anbettung ist dann in einer gewissen Gebetshaltung. Wenn ich knülle, dann passiert wirklich Anbettung. Oder auf dem Boden liegen. Wichtig ist, diese Sachen können Anbettung unterstützen, aber diese Sachen sind nicht der Schlüssel für wahre Anbettung. Das ist ein Unterschied. Sie können uns unterstützen, aber es ist nicht der wahre Schlüssel für Anbettung. Und das hat Jesus dieser Frau auch deutlich gemacht. Jesus sagt, der wahre Schlüssel für wirkliche Anbettung ist der Heilige Geist und die Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Der Heilige Geist und Jesus ist der Schlüssel für wahre Anbettung. Er sagt dort im Vers 24 folgendes. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sein. Nur dann kannst du Gott anbeten. Der Schlüssel ist der Heilige Geist und Jesus. Ich möchte euch das kurz erklären. Jeder Mensch ist geschaffen worden, um Gott anzubetten. Und der Zustand im Garten Eden, im Paradies, war Anbettung. Die ersten Menschen haben Gott anbetet. Die hatten die Gabe von der Anbettung. Und was ist passiert? Der Mensch wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er wollte sich von Gott loslegen. Er sagte Gott, ich bete nicht mehr dich an, sondern ich bete mich jetzt an. Und er hat sich über Gott gestellt. Und ist dadurch Gott unkorsam geworden. Und dadurch sind die ersten Menschen, Adam und Eva, aus dem Paradies heraus vertrieben worden. Adam heisst Mensch. Das heisst, weil der erste Mensch, quasi dein und mein Stellvertreter, so gehandelt hat gegenüber Gott, hat das Auswirkungen auf dieses und mein Leben. auch heute. Und die ersten Menschen sind aus dem Paradies heraus vertrieben worden. Und Gott hat zwei Engel an den Eingang vom Paradies gestellt. Und sie konnten nicht mehr zurück in die Gemeinschaft und in die Gegenwart mit Gott. Anbettung ist nicht möglich gewesen. Von diesem Moment an hätte der Mensch nicht mehr von sich aus Gott anbeten können. Aber weil er einen inneren Drang hatte, um etwas zu verehren und anbeten, hat er sich irgendetwas gesucht. Irgendwelche Holzschnitzereien, irgendwelche Pilter, irgendwelche Steinskulpturen. Und er hat das angefangen, anbeten. Und das ist ja bis heute nicht anders. Aber Jesus Christus, und das ist das Evangelium, ist gekommen, um diesem Zustand ein Ende zu bereiten. Er ist gekommen, um dem Vater, den wir gelesen haben, wieder wohre Anbetter zu schaffen, das, was du und ich nicht kann. Er ist Jesus Christus gekommen und hat das gemacht. Das heisst, wenn ein Mensch im Glauben annimmt, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für seine Sünden gestorben ist, für alle Sünden, auch für die, wo wir uns manchmal kasteien, warum haben wir das gemacht? All die Menschen, die glauben, dass Jesus Christus stellvertretend für alle Sünden am Kreuz gestorben ist und im Glauben das annimmt und kann sagen, danke Jesus, dass du das für mich gemacht hast, dass du die Schuld an meiner Stelle getreut hast, die glauben, dass Jesus wieder von den Toten auferstanden ist und sie durch Jesus Christus Zugang haben zu Gott, all die werden erleben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in sie hineinkommt und ein neues Leben schafft. Das ist Evangelium. Geist und Wahrheit. Ich glaube an Jesus Christus und der Heilige Geist bewirkt das, was Jesus am Kreuz zu hat, in meinem Leben. Verstehen Sie das? Und das ist der Schlüssel für die Anbätung. Das heisst, ein neues geistliches Leben wird geboren. Der Mensch wird zu einem Kind von Gott. Er sagt jetzt nicht mehr zu Gott Gott, sondern er sagt zu Gott jetzt Papa. Nur ein Kind, das Gott kennt, kann Gott anbeten. Auf dem Flyer haben wir es als Kind abgebildet. Gott anbeten soll genau das zum Ausdruck bringen. Wir werden zu Kindern von Gott. Auch als Erwachsener werden wir Kinder von Gott. und nur meine Kinder kommen zu mir und zu Miriam und sagen, hey, kannst du mir helfen? Du kannst doch das. Und so weiter. Verstehen Sie das? Wenn es schon nur im menschlichen Bereich drin ist, wie ist es denn im geistlichen Bereich? Weil meine Kinder uns kennen, kommen sie zu uns. Und von dem Moment, an wo der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, durch den Glauben an Christus, bin ich ein Kind von Gott und jetzt ist Gott nicht mehr einfach Gott, sondern Gott ist mein Papa. Das heisst, die Wiedergeburt ist der Schlüssel für wahre Anbetung. Schau, wenn du Gebet nicht mehr einfach verrichten willst, weil es dazu gehört oder weil man es gelernt hat, sondern wenn du Gott wirklich anbeten willst, dann musst du dir von Jesus Christus ein neues Leben schenken lassen. Das ist der einzige Schlüssel. Solange das nicht der Fall ist, wirst du Gott nicht wirklich kennenlernen und Gott wird dir immer ein Fremder sein. Und solange das nicht der Fall ist, weisst du nicht wirklich, zu wem du betest. Spannend ist, dass Jesus zu dieser Frau gesagt hat, ihr Samariter, ihr beten Gott an, obwohl ihr ihn nicht kennen. Kennst du das auch aus deinem eigenen Leben? Du betest zwar zu Gott, aber du kennst ihn nicht. Wir kennen ganz viele Leute. Ich kenne zum Beispiel den Cristiano Ronaldo. Ich kenne ihn. Ich kenne den Shardan Shaqiri. Ich kenne Jennifer Lopez. Aber ich kenne sie nicht wirklich. Persönlich. Weil ich sie noch nie persönlich getroffen habe. Verstehen ihr? Und solange das nicht passiert, wird ich sie immer nur kennen. Und so ist es auch mit Gott. Aber wenn die Neugeburt passiert, dann passiert etwas. Du lernst Gott anfangen zu kennen. Das entfaltet sich in dir. Durch seinen Heiligen Geist zeigt Jesus, wer er ist, wenn man die Bibel liest. Und ich denke, das ist ein starker Gott, dem kann ich vertrauen. Das ist bei mir. Wenn es mir schlecht geht, der leitet mich aber auch durch alles durch. Er gibt mir Momente, in denen ich auch wachsen kann. Verstehen ihr? Und das tut mir der Heilige Geist offenbar. Und ich lerne Gott immer besser kennen. Und weil ich ihn immer besser kennenlerne, kann ich ihn immer mehr anbeten. Das ist der Punkt. Anbetung, was im Geist und in der Wahrheit passiert, ist der Schlüssel zur wahren Anbetung. Wir haben heute einen Taufgottesdienst. Eine Person, die sich gemeldet hat, ich will mich taufen lassen. Und das ist genau das, was durch die Taufe zum Ausdruck kommt. Wenn ein Mensch ins Wasser reingetaucht wird, dann bekennt er sich schuldig vor Gott und sagt, Gott, ich tue mein alter Leben, das ich ohne dich gelebt habe, lege ich jetzt ab. Ich stirbe mit dir. Das, was du für mich am Kreuz getan hast, bringe ich jetzt total symbolisch zum Ausdruck. Ich lasse mein alter Leben los und er kommt zum Neuen, er steht auf und kriegt von Jesus ein neues Leben. Er lädt Jesus Christus an. Und wenn das passiert, das ist das, das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennt, ich bin ein Kind von Gott. Und von dem Moment an, wo dir das Bekenntnis passiert, kommt Jesus durch seinen Heiligen Geist in dein Leben. Wir haben jemanden, der sich taufen lässt. Ich weiss nicht, ob du dich schon taufen lassen hast. Aber ich möchte dir heute und jetzt eine Einladung aussprechen. Wir haben das Taufbecken einlaufen lassen. Wenn du merkst, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich habe heute verstanden, was Jesus für mich gemacht hat, dann lass dich als sichtbares Bekenntnis taufen. Und von diesem Moment an wirst du ein Kind von Gott sein. Vielleicht bist du da und sagst, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Ich habe das für mich im Glauben angenommen, aber noch nie vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekennt. Dann lade ich dich heute ein, um dich taufen zu lassen. weil das ist einfach noch mal eine neue Dimension. Weisst du, du verstehst? Vielleicht bist du da und sagst, ich bin als Kind getauft worden. Ich möchte ganz kurz etwas zu dem sagen. Wir tun keine Kindertaufe praktizieren aus einem Grund. Weil das, was Jesus uns da sagt, das muss willentlich passieren. Ich muss mich selber entscheiden. Jesus Christus, ich glaube an dich. und komm du jetzt in mein Leben hinein. Das ist kein Säugling. Das geht nicht. Wir sprechen das niemandem absprechen. Aber das war vielleicht auch schon eine Frage, die die Leute haben, wieso machen wir das nicht? Das ist der Grund. Wir sagen, das ist eine eigene Entscheidung. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe mir noch gar nichts überlegt, ja, lass, let's go. Lass dich heute taufen. Vielleicht denkst du jetzt, ich habe keine Badhose dabei, zwei gute Nachrichten. Heute haben wir 30 Grad. Kannst du dich gerade so taufen, es wird schnell wieder trocken auf dem Heimweg. Die zweite gute Nachricht ist, wir haben Badsachen und T-Shirts hier. Was ich nicht habe, ist Make-up und Lidschatten. Das habe ich nicht. Aber sonst haben wir alles hier. Das heisst, es gibt keinen Grund von unserer Seite her, es sollte nicht machen. Anders gesagt, wir haben einfach alle Möglichkeiten schaffen wollen, um zu sagen, nimm die Einladung von Christus an. Und wenn du jetzt merkst, es wird heiss, auf meinem Stuhl, unter meinem Stuhl, dann hält dir niemand einen Feuerzünder hin, und dann könnte es sein, dass Gott im Moment zu dir redet. Aber du es mit Gott prüf und sagst, Jesus ist uns heute dran. Und dann komm nachher und wir geben dir die Badsachen und wir geben dich heute auf. Die Einladung möchte ich dir im Namen von Jesus Christus zusprechen. Da dürfen wir auch Amen dazu sagen. Genau, wo bin ich jetzt gewesen? Genau, okay. Noch ein zweiter Gedanke. Anbetung, die im Geisten, in der Wahrheit passiert, das ist eine Anbetung, die Gott gefällt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jeder Mensch, du und ich, in uns in so einen Maßstab tragen? Ein Maßstab, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Das hat jeder von uns. Jeder. Und darum läuft wir es rum, wie wir gekleidet sind, wie uns das gefällt. Aber wenn uns jemand begegnet, der anders gekleidet ist, der uns nicht gefällt, dann kriegen wir ein Problem über. Und was sagen wir dann? Das ist nicht schön, schau mal das Haus an. Wie die in den Garten gemacht haben, kennen wir das? Schau mal die Schuhe an, wie kann es so rumlaufen? Wir haben so den Maßstab in uns innen, wo ich wie merke, den tun wir oft auch das Thema Anbetung mit reinnehmen. Wir haben oft das Gefühl, Anbetung ist nur dann Anbetung, wenn sie uns gefällt. Sie muss uns gefallen und dann ist es Anbetung und sonst nicht. Nur wenn die Musik mir gefällt, kann ich Gott anbeten. Nur wenn ich seine Gegenwart fühlen kann, dann ist es wirklich eine Anbetung. Schau, ich möchte uns alle, und ich stelle mich wirklich voll unter das Gleiche auch. Ich stand nur auf dieser Bühne, dass man es ein bisschen besser sieht und ich auch besser sehe, aber ich stelle mich auf genau das Gleiche. Lass uns mal bewusst herausfordern und uns folgende Frage stellen. Was bringt die folgende Aussage zum Ausdruck? Vielleicht hast du es schon selber gemacht und im Gespräch mit anderen vielleicht hast du es auch nur gedacht. Nämlich folgende Haltung. Mir hat die Anbetungszeit heute also schon nicht gefallen. Die Zeit mit Gott in der Stille, eine Viertelstunde habe ich investiert, der Tag ist nicht besser geworden. Kennst du das? Was zeigt uns das? Das zeigt uns etwas über unser Herz. Es zeigt uns, dass wir oft in einer Haltung Gott anbeten, wo wir im Zentrum sind und nicht er. Es muss uns gefallen und nicht ihm. Schau, wenn es in erster Linie darum geht, das zu machen, was uns gefällt, was es uns bringt, dann machen wir uns zum Zentrum und nicht Gott. Aber Anbetung, und das ist die Wahrheit vom Evangelium, muss nicht dir etwas bringen und auch nicht mir etwas bringen, sondern muss auch nicht unseren Geschmack treffen, sondern sie ist allein gedacht für den lebendigen Gott. Wenn wir Gott anbeten, dann soll es unser oberstes Ziel sein, ihn zu verehren und ihm eine Freude zu machen. Es war einmal in einer Gemeinde nach einem Gottesdienst der Fall, dass jemand zu dem, der Worship geleitet hat und gesagt hat, hey, das letzte Lied, das du heute gesungen hast und gespielt hast, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und der Mann hat den Moment überlegt und hat Folgendes gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe es nicht für dich gesungen, sondern für Jesus. Okay? Das zeigt etwas von dieser Herzenshaltung. Anbetung, die Gott gefällt, hat nichts mit der richtigen Liederauswahl zu tun. Anbetung, die Gott gefällt, hat nichts mit der richtigen Tonart zu tun. Ich kann so schief singen und das ist ein Wohlgeruch bei Gott. Anbetung hat nichts mit der passenden Lautstärke zu tun und Anbetung hat auch nichts damit zu tun, wie oft ein Chorus wiederholt wird. Anbetung hat nichts damit zu tun, ob ein Lied auf Englisch gesungen wird, ob es ein altes Lied oder ein neues Lied ist. Hat nichts mit Anbetung zu tun. Sondern Anbetung, die Gott gefällt, ist allein die, die aus einem Herz rauskommt, das ihn anbeten will. An einem Herz, das von Gottes Geist gefüllt und von Gottes Geist bestimmt wird. Und alles andere sind einfach Kommunikationsmöglichkeiten. Hast du gewusst, und das fordert auch heraus, man kann den schönsten Song spielen und singen für Gott, man kann die Songs singen und spielen, die uns gefallen, und trotzdem gefallen sie Gott nicht. Hast du das schon gewusst? Ich bin auf eine Aussage im Alten Testament gestossen, die das gut zum Ausdruck bringt. Und ich liebe so Aussagen, weil das sind für mich so Sachen, da muss man ein bisschen wieder rumketschen und sagen Gott, was meinst du mit dem? Und das ist eine Aussage aus dem Prophet Amos im Alten Testament. Dort heisst es folgendes, eure Brandopfer sind mir zuwider, das sagt Gott zu seinem Volk Israel. Opfer, das war so, dass man Gott anbeten konnte, Gott hätte einen Gefallen erweisen können. Eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen, und jetzt kommt es. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist nichts zu ertragen. Nur das Rest soll fliessen wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein immer fliessender Bach. Bands dafür kommen. Da ist etwas passiert. Der Lobpreis durch die Lieder und Topfer, die sie zur Ehre von Gott ausgerichtet und praktiziert haben, haben nicht mit ihrem Lebensstil übereingestimmt. Gott ist nicht gegen Musik. Richtig verstanden. Aber Gott sagt, es gibt einen Unterschied. Ich bin gegen etwas anderes. Du kannst mich nicht anbeten, mich in meiner Grösse räumen, aber in deinem Leben sieht es ganz anders aus. Die Herzen von den Israeliten war voll von Ungerechtigkeit, von Rechthaberei, von Selbstsucht. Es ging nur um sie. reingegangen, aber sie fanden, in dieser Haltung kommen wir zu Gott und beten ihn an. Und Gott sagt messerscharf, das ist eigentlich das, was mir nicht gefällt. Ich fand, lasst uns das kurz praktisch anzuhören. Anbetung, die wir mit unseren Lippen praktizieren, aber nicht mit unserem Herz übereinstimmen, so eine Anbetung klingt in unseren Ohren so. Komm und lobe den Herr meine Seele sing bitte den König an. So klingt es in unseren Ohren. In Gottes Ohren klingt anbettig, die nicht mit unserem Herz übereinstimmt. So. Komm und komm bitte den Herrn meines ist du bitte den König an. Verstehen ihr? Das ist einfach der Punkt, wo Gott uns darauf zeigt. Anbetung muss aus einem Herz rauskommen, das mir hingeben, sagt Gott. Das heisst nicht, du musst perfekt sein, richtig verstanden. Sondern die Erkenntnis, ich kann aus eigener Kraft nicht so leben, wie es Gott will. Meistens kommt es aus einem Herz aus, das sagt, Gott, ich bin schuldig geworden. Ich bin ganz auf deine Gnade angewiesen. Ein Nachfolger von Jesus ist einer, der sagt, ich kann ohne Gnade von Gott nicht leben. Weil es mich wieder in Rechthaberei, Ungerechtigkeit usw. hineinführt. Aber Anbetung, die in der Wahrheit und im Heiligen Geist hinein passiert, die Wahrheit, die Anbetung, die von Gottes Geist auskommt, die gefällt Gott. Und es ist ein Wohlklang in seinen Ohren. Und noch der letzte Gedanke. Anbetung, die im Geist und in der Wahrheit hinein passiert, umfasst unser ganzes Leben. Anbetung ist nicht nur ein Teil von unserem Leben. Anbetung findet nicht nur in einer bestimmten Zeit von unserem Leben statt, sondern Anbetung umfasst unser ganzes Leben, weil Anbetung unser ganzes Leben ist. Das ist die Aussage, auch vom Evangelium. Im Römerbrief im Neuen Testament seist der Apostel Paulus so. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und hier wieder die Wahrheit, Jesus Christus durch sein Heiliger Geist als Kind von Gott wurde. Wir sind lebendig gemacht worden. Und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Und jetzt kommt es, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Musik ist nochmal ein Kommunikationsmittel dazu. Eins von vielen. Alles, was wir tun, jede Aktivität ist anbetung, wenn wir Gott durch das ehren. Hast du gewusst, wenn du arbeiten gehst, betest du Gott an? Weil du die Gabe, die Gott dir gegeben hat, jetzt einsetzt. Hast du gewusst, dass wenn du Kinder erziehst, dann betest du Gott an? Weil Jesus Christus gesagt hat, wir sollen uns um die Menschen kümmern, die uns anvertraut worden sind. Hast du gewusst, dass wenn du Menschen hilfst, du hast Gott anbeten? Weil Jesus Christus gesagt hat, wir sollen uns um die Schwachen kümmern. Hast du gewusst, wenn du als Ehepaar, als Mann, Frau Sexualität praktizierst, dann betest du Gott an? Anbeten. Weil er das Geschenk von der Sexualität gibt und sagt, geniessen es. Er hat ein ganzes Buch in der Bibel geschrieben, das Hohelied. Er hat gesagt, berauscht euch an dieser gegenseitigen Liebe, geniessen das Geschenk. Das ist anbetig. Hast du gewusst, dass wenn wir einander vergeben, wir Gott anbeten? Weil er hat gesagt, wir sollen einander vergeben und das ist ein Wohlgeruch bei Gott. Hast du gewusst, dass wenn wir uns manchmal unterordnen, nicht auf unser Recht beharren, dann praktizieren wir Anbetung, weil Jesus gesagt hat, achte einander höher als dich selber. Und hast du gewusst, dass wenn wir mit Menschen lachen, mit Menschen brüllen, Anteile haben an ihrem Leben, dass wir dann Gott anbeten? Weil Jesus gesagt hat, freu euch mit den Fröhlichen und sind traurig mit den Traurenden. Und ich könnte noch mehr so Beispiele bringen. Hätten ihr das gewusst, wenn ihr für eure Eltern betet, dass das anbetig ist? Weil Jesus gesagt hat, er Vater und Mutter. Hast du gewusst, dass das Kind, wenn du deinen Eltern korsam bist, dass das anbetig ist? Weil Jesus gesagt hat, bis korsam deinen Eltern. Anbetig umfasst unser ganzes Leben. Und das Geheimnis von einem Lebensstil, von der Anbetung ist der, dass wir alles tun, als würden wir es für Jesus machen. Hast du schon mal für deinen Chef gearbeitet, als würde es eigentlich für Jesus sein? Hast du jemanden um Vergebung gebetet, mit dieser Gesinnung? Und das fordert mich heraus. Manchmal denke ich, ja, das ist fisch, jetzt muss ich das machen und so weiter und so. Und dann kommt so der Gedanke, würde ich es jetzt für Jesus machen? Manchmal wären wir nicht einmal so sicher, gell? Aber das ist die Gesinnung. Und weisst du was? Dann sind wir wieder an diesem Punkt. Die Gesinnung schaffst du nicht selber, sondern die Gesinnung schafft den Heiligen Geist in dir. Wir können es nicht selber. Echte Anbetung passiert im Geist und in der Wahrheit. Und die Anbetung, die so passiert, ist der Schlüssel für die wahre Anbetung. Sie muss Gott gefallen und nicht mir. Und sie umfasst unser ganzes Leben. Jesus hat zu dieser Frau gesagt, und mit diesem schliess ich, doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und mit wahrhaftigem Herzen anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Und das ist dann auch schon etwas über den Vater im Geist und mit dem Haus verhalten. Und das ist dann auch schon bei der Vater im Geist und mit ihm im Geist und mit ihm in der Mutter. Und jetzt ist dann das und es wird erfolgt. Und dann ist dann auch schon bei ihr ausgelostet. Vielen Dank.